Guten Tag, ich befinde mich jetzt im Zug in Mannheim, wenn jemand nach Frankfurt fahren soll. Es ist Freitag. Ich hoffe, heute Verschiedenes dort machen zu können, obwohl ich nicht hineinkam. Ich habe keine Fachbesucherkarte, aber es ist eine Demo gegen Höcke, auch von der AfD, die heute auch nicht nur auftauchen soll. Ich hoffe auch, den Helmut Seekaler, den wieder Zerilichner zu treffen. Von daher habe ich heute auch meinen berühmten Aufladen nicht dabei, weil ich verschiedene Sachen brauche zum Wechseln. Ich habe einerseits mein T-Shirt, andererseits auch verschiedene Dinge und Nützen und verschiedene Dinge für die Demo. So, dass ich vielleicht ein wenig Reclame machen kann für meine Hartz-IV-Münker, aber auch für die Demo dann richtig gerüstet bin. Und dann zusätzlich noch den Tauchladen wäre doch etwas zu bringen worden. Ich versuche auch einige Bevorwurfs zu machen und diese Aufnahmen hier, da war auch noch ein schönes Stoppschild. Also, das sind die AfD, das finde ich jetzt natürlich auch nicht. Jetzt habe ich nur einen Erzug. Fährt, fährt ans Ziel und auch noch ein Fries pünktlich. Bis bald! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.